Okay, dann gehen wir halt bei WatzWin. Ich hoffe, das ist überhaupt richtig. Im Land der Träume. Hier sehen wir uns direkt im B-Charakter. Ich kenne ihn, wie gesagt, nicht, aber wir gehen mal rein im Land der Träume. Ich bin 80 Jahre alt. 80 Jahre, in denen wir leben und das Leben genießen. Cheers. Oh, Rubby Bubble, Dinger. W, Dinger. Holy shit. In denen wir Vorfahren verabschieden und Nachkommen erzeugen. 80 Jahre, in denen wir lernen, wachsen und uns weiterentwickeln. Und 80 Jahre, von denen wir 26 Jahre schlafen. Bro, wisst ihr, wer sauer wäre, wenn er das hier sehen würde? Schoko-Drink aus dem Tetra-Pack. Biergeschiss. Ich sag's nur. Wachsen und uns weiterentwickeln. Und 80 Jahre, von denen wir 26 Jahre schlafen. Willkommen im Land der Träume. Ein Ort, an dem wir uns ein Drittel unseres Lebens aufhalten. Tag für Tag. Meine Schlafenseite ist auf 22.50 Uhr eingestellt. Die Entspannungszeit fängt bald an. Okay, also es ist so ein bisschen Nostalgiereise jetzt. Okay. Kommen wir in einen unvermeidbaren Punkt. Ich bin müde. An dem unsere Energiereserven leer sind. Bruder. Wie trocken, Dinger. Ich bin müde. Ich bin in Ruhe. Egal ob er, er, oder er. Wir alle verbringen ein Drittel unseres Lebens, gemeinsam mit unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir daran denken, zu denken, hat es sogar eine Stimme. Und da sich auch dein Tag dem Ende zuneigt, machst du das Licht aus. Ein kurzer Abstecher in die sozialen Medien darf nicht fehlen. Das ist gottlos. Das Leute teilweise, wo war der Screen hier? Das darf nicht fehlen. Das ist so gottlos. Teilweise haben ja Leute wirklich so eine Screentime. Ich weiß nicht. Das ist bei eurem Einform war ich so schlimm. Die Handynutzer, die Handyärztin. Ich muss mal kurz bei mir gucken. Warte mal, Bildschirm. Bildschirmzeit. Bei mir ist Tagesdurchschnitt. Ich weiß nicht, ist das schon viel? Vier Stunden, zwei, vier Stunden, 24 Minuten. Das Ding ist, ich mache halt aber auch so Social Media Stuff. Ich weiß halt nicht, in welcher Relevanz das ich so ein bisschen. Ich bin Handyärztin, aber ich habe ja keinen PC. Vier Stunden, 24 Tageszeit. Ich weiß nicht, das finde ich noch okay. Das ist ja auch teilweise für mich beruflich. Pro Woche. Ja, ich bin ein bisschen zu viel auf TikTok. Hoppla. Ja, ist nicht schlecht. Und schläfst schlussendlich ein. Oder das ist auch respektlos. Ich weiß nicht, der Typ hat mir früher eine damalige Freundin zu mir gesagt, dass der ähnlich aussieht wie ich. Oder nee, war das so ein anderer Typ? Ich glaube, das war der. Oder sie sagt, sie haut einfach raus. Der sieht einfach aus wie ich so. Also wir haben mies Ähnlichkeiten. Das war böse, Digga. Loki schon, Digga. Ein Small, Digga. Das ist so böse, Digga. Und schläfst schlussendlich ein. Der Bruder ist auch schon so lange im Internet unterwegs. Was nun? Du befindest dich in Phase 1 von 5. Let's do this. Im Einschlafstadium. Dein Gehirn arbeitet, als wäre es wach. Und da du es zuvor mit purem Mist geführt hast, spiegeln sich diese Nerven deinen Gedanken wieder. Nein, Papa. Oh, Digga, komm, 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 komm. Bruder, nee, Digga. Sehr schlimm. Also Watzwin repräsentiert hier gerade wirklich das Gedächtnis eines zwölfjährigen Vapor, der nur auf TikTok rumhängt. Bruder, das ist das wirklich krank. Das ist gerade wirklich eine sehr, sehr realistische Widerspiegelung der ganzen Dinge. Dennoch entspannen sich deine Muskeln. Und du fängst langsam an, gedanklich wegzudriften. Ich hasse es. Du folgst die Leichtschlafphase. Die Herzblatt singt und dein Unterbewusstsein übernimmt die Kontrolle über deine Gedanken. In dieser Phase befindest du dich mehr als die Hälfte deines Schlafes. Aber wir wollen weiter. Weiter in den Tiefschlaf. Ab hier bist du schwer zu wecken. Dein Körper kann sich besser mit den Tiefschlaf holen. Auch äußerliche Reize werden von dir kaum noch wahrgenommen. Zu diesem Zeitpunkt bist du gedanklich irgendwo, aber eben nicht im Land der Träume. Denn dafür musst du die letzte Phase, auch bekannt als Remschlafphase, betreten. Über die tägliche Bildschirmzeit schreibe wunderbar. Was so viel bedeutet, wie dass sich deine Augen in dieser Phase hektisch unter deinen Augenlidern hin und her bewegen. Und nachdem deine Muskelatur schlussendlich ebenfalls abgeschaltet wurde, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden, fängst du an zu träumen. Und nichts macht Sinn. Oder? Es ist ein Morgen wie jeder andere. Endlich 9 to 5, Malochen. Die Sonne scheint im Zimmer und abgesehen von den räumlichen Gegebenheiten scheint alles normal zu sein. So sieht mein Zimmer nicht aus. Es wirkt sogar perfekt. Aber das wird mir erst auffallen, wenn ich aufwache. Du gehst ins Bad und beginnst, ohne zu hinterfragen, warum der Spiegel nicht funktioniert, deine Zähne zu putzen. Plötzlich überkommt dich ein vertrautes Gefühl aus der Kindheit. Ich weine dann immer. Du hast einen Wackelzahn. Nein. Du hattest einen Wackelzahn. Was zum Scheiß? Und da nichts Sinn macht, steckst du ihn voller Panik provisorisch wieder rein und... Bruder, aus welcher POV? Wie alt sind wir? Aus welcher POV? Er scheint zu halten. Zahnverlust. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für Verlust, Veränderung, Instabilität oder in Zukunfts-Snoose-Konsum stehen soll. Digga, Snooze ist mir auch so ein Rätsel, Mann. Ey, Chad, probiert bitte niemals Snooze aus. Aber als ich das mal gemacht habe, da war ich noch in meiner Ausbildung einfach. Kam ein Kollege zu mir her, hat immer Snooze dabei gehabt. Und ich weiß gar nicht, wir haben da irgend so eine... Ich komme so aus der Industrie. Wir haben da irgend so eine Lötaufgabe gemacht. Wir waren da gerade wirklich so am Löten. Wer hat sich da irgendein Snooze reingepfeffert? Äh, dieser Ekelhafte. Er bietet mir das an. Snooze ist sowas. Weiß ich, das sind so kleine Kissen, kann man sagen. Die sind mit Nikotin voll geprügelt oder so einen Scheiß. Und das schiebst du dir dann unter die Lippe an dein Zahnfleisch. Und dann hast du halt so ein Nikotin. Kriegst du da dadurch Nikotin ab. Also es ist was Furchtbares. Was wirklich Furchtbares. So kleine Päckchen halt. Nikotin pur. Richtig. Das ist wirklich reines Nikotin. Der Kollege, mit dem ich da am Löten war, gibt mir das. Weil ich mir gedacht habe, Bro, was ist das für eine Scheiße? Ich bin halt immer sehr neugierig und will Dinge ausprobieren. Tatsächlich, das ist so ein kleiner Nachteil, den ich so im Leben immer mal wieder habe. Heißt, ich nehme das Teil, er gibt mir dieses Snooze. Ich rieche daran. Das riecht einfach nur nach gottlosen Menthol. Schiebe mir das halt ans Zahnfleisch. Und dann war das erstmal so. Ja, brennt halt so ein bisschen. Irgendwann dreht es mich halt. Ich kriege den Nikotin-Flash meines Lebens. Kriege einen gottlosen Kreislaufzusammenbruch. Muss auf die Toilette springen und reihe mir da einen ab. Und alles drum und dran. Bis der Ausbilder dann zu mir kam, hat mich ausgelacht. Er hat nicht gewusst, dass ich Snooze genommen habe. Das haben wir niemandem erzählt. Wir haben einfach so getan, als hätte mein Kreislauf nicht mitgemacht. Der Ausbilder kommt auf jeden Fall rein. Er lacht mich aus. Bruder, ich weiß nicht, warum bis heute, warum er mich auslacht. Mir ging es dreckig. Ich bin kreidebleich. Tränen in den Augen vom ganzen Rumreiern. Er lacht mich aus. Bruder, ich verstehe es nicht. Aber ich wurde dann nach Hause geschickt. Als es mir scheiße ging. Dann hatte ich einen Tag auf, weil ich Snooze genommen habe. Bruder, aber das war mein erstes Mal. Und nie wieder. Nie wieder, dass ich Snooze nehme. Das ist so ein furchtbarer Scheißdreck. Wirklich. Chat. Probiert es auch wirklich gar nicht. W aus. Das wäre ein Arsch, Digga. Wirklich. Probiert diese Kacke nicht. Wirklich. Wenn es euch jemand anbietet, lasst es sein. Ihr kriegt einen Nikotinflash. Das ist krank. Das ist ein Mittag wie jeder andere. Das ist widerwärtig. Sondern etwa 9000 Meter über ihr. In dem Billigflug, den du vor ein paar Tagen gebucht hast. Du hast zwar keine Flugangst. Dennoch bist du nicht der größte Fan vom Gefühl so weit über dem Meeresspiegel, in einem vom Menschen transkruierten Aluminiumgehäuse zu setzen. Probieren wir es mal mit TikTok. After crashing twice in less than five months, leaving 346 people dead. Jo, Flugangst wird getriggert. Als Kuss und Kuss. Die Stimmung ist angespannter. Und sie wird noch angespannter als... Ich gehe auf Klub. Oder nee, Digga. Der Punkt. Er immer treibt es komplett. Woher kommt das auf einmal? Aber warte mal. Du bist am Träumen. Klar kann ich das überleben. Wo ist die coole Musik? Scheiß Copyright. So. W-Traum. Juhu! Flugzeugabsturz. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für Kontrollverlust, Versagen oder große Veränderungen im Leben schon... Oder also mit so Effekten etc. Und so ist schon crazy gemacht. Also wie gesagt, ich kannte davor Watz... Watz... Fun... Wie heißt der? Äh... Watzfin kannte ich davor nicht. We talk nicht. Cancel bitte den Billigflug. Oder eben Flugangst. Digga. Große Veränderungen im Leben stehen soll. Babe. Cancel bitte... Childe Go. C-N. Köln. PMI. Palma de Mallorca. ...den Billigflug. Oder eben Flugangst. Gangst. 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 Es ist ein Abend wie jeder andere. Weswin ausgesprochen. Okay. Du befindest dich auf dem Spaziergang, aber irgendwas stimmt nicht. Oh nein, Schlender. Du wirst verfolgt. Trauma. Als du dies bemerkst und anfängst zu laufen, wirkt es, als würdest du auf Eis laufen und deine Beine einfach nicht mehr... Ich hatte so einen Traum noch nie. Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mich so auf der Stelle bewegt habe, weil ich irgendwie verfolgt wurde oder sowas in die Richtung. Hatte ich noch nie. We talk nicht. Funktionier. Dein Mund funktioniert ebenfalls nicht mehr. Du kommst nicht von der Stelle, kannst nicht reden und der Verfolger kommt immer und immer näher. Ständig. Verfolgungswahn. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für die Angst vor Konfrontation, Selbstsabotage und Flucht vor Problemen stehen soll. Scheiß Apple. Ist halt interessant, muss man quasi solche Ängste erstmal in sich drin haben, im Unterbewusstsein, dass man eben sowas halt träumt, dass man eben solche Ängste hat, dass sowas passieren kann etc. Wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so eine Art von Traum hatte, dass ich verfolgt wurde und nicht vom Fleck kam. Kann ich mich nicht daran erinnern. Was ich tatsächlich relativ viel irgendwie geträumt habe, ist halt, wenn dann so ein wirres Zeug, wo gefühlt YouTube Kacke sein könnte. Aber wenn ich so nachdenke, ist es halt eher immer sowas wie irgendwelche Personen aus der Vergangenheit, mit denen man irgendwas romantisiert hatte und die sieht man wieder und dann erinnert man sich so ein bisschen an den Herzschmerz und sowas. Irgendwie sowas in die Richtung. Vielleicht kommt es ja hier noch im Video vor, was vielleicht daraus Traumdeutung ist oder so, wie man sowas hat. Natürlich gibt es auch noch viele weitere wiederkehrende Träume, wie zum Beispiel Nacktheit in der Öffentlichkeit, das Gefühl unvorbereitet für eine Prüfung zu sein, ein Treffen mit einem Ex-Partner, das Gefühl zu fa... Da, 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 da war es, da war es, da war es, Shit. Das Durchlaufen endloser Räume, Backrooms oder das Wiedersehen mit Verstorbenen. Habe ich auch nie gehabt. Wiedersehen mit Verstorbenen, gut, aus meiner Femme muss ich ehrlicherweise gestehen, ist so, gibt es nicht viele Bindungen. Also es ist jetzt nie wirklich jemand aus meiner Femme verstorben, mit dem ich jetzt eine engere Bindung hatte oder der mir persönlich sehr wichtig war. Also heißt, was nicht direkt wichtig ist, so würde ich das jetzt assoziieren, was jetzt nicht direkt wichtig ist, kann man halt auch schlecht von träumen, würde ich jetzt sagen. Aber wenn ich jetzt gerade hier auch sehe, der Hund, ich habe halt meinen Kater, meinen über alles geliebten Kater, der mich in die Jugend aufwachsen sehen hat und ich ihn aufwachsen sehen habe, der mich begleitet hat bei jedem Schritt, bei jedem Tritt. Den habe ich auch verloren vor über ein Jahr jetzt dann. Also ist eigentlich schon ein Jahr her. Aber bis auf diese Bindung, nee, nee. Ich habe auch nicht von ihm geträumt. Das wüsste ich noch, weil es ist gerade mal ein Jahr her. Aber es wird Zeit, erneut einzuschlafen. Rest in Peace Katze an der Stelle. So macht der Bruder das jetzt so gruselig. That's win. Hierbei handelt es sich um Orte, die uns irgendwie bekannt vorkommen und Erinnerungen auslösen, die eigentlich gar nicht existieren. Das gleiche gilt auch für diesen Mann. Das ist der größte Mythos überhaupt. Es gibt ja so viele, die dieses Gesicht erträumt haben. Bruder, wann? Ich will das erleben. Bruder, wo bist du? Wo bleibst du? Will auch. Will auch mal Hallo sagen. Hat mal vor einer Prüfung geträumt und die Prüfung ist eins zu eins gleich gelaufen wie im Traum. Das ist krank. Rittes Auge einfach. In dem, welches 2015 verbreitet wurde und besagt, dass wir ihn alle in unseren Träumen schon mal gesehen haben. Ist es jetzt nur ein Meme oder ist es... Aber Entwarnung an euer jüngeres Ich. Er entstand nämlich 2009 unter der Domain thisman.org als Marketingkampagne für einen geplanten Film. Und als dies eben rauskam, war die Story eben nicht mehr gruselig, wodurch eben gar nichts rauskam. Also haben wir jetzt alle Leute darüber gelogen oder wie? Digga, die Werbung. Chat, lass wir drin. Ich meine, da gibt es die sauviewe Mühe für die Videos. Schaut uns die Werbung gestern. Warte. World of Tanks. Ich hatte auch schon mal einen Traum, dass was im Traum passiert ist, irgendwann wirklich passiert. Sowas gibt es halt auch. Sowas hatte ich auch schon mal in der Art. Und hat man auch immer so ein Gefühl von Déjà-vu halt. Das ist wirklich das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Denn seit ich auf den Link in der Beschreibung geklickt habe, den Code COMBAT eingegeben habe, sitze ich nur noch im Zimmer und zocke World of Tanks, während im Hintergrund die Cover-Version von Seven Nation Army läuft. Danke, Jungs. Kein Ding. Also, wenn ihr West Winden unterschätzen wollt mit World of Tanks, dann COMBAT und so. Ich liebe es. Du wirst es auch lieben, wenn es dir über den Link in der Beschreibung runterlädst. Ich hoffe, euch hat meine erste Werbung gefallen. Warum? Schrumpfe. Boah, die Musik ist geil, Digga. Oh, das ist hergig. Pudi, er spielt mit meinem Gefühl. Where is Wunabi? Warum? Boah, ja. Bei den Autofahrten immer so ein Männchen vorgestellt, was so Highspeed-mäßig einfach mitfährt. Oder halt so Parkour-mäßig mitgeht, Digga. Ja, Digga, genau das. Ja, genau das, Bruder. Er war immer der schnellste Bruder. Meine Eltern wussten gar nicht, warum der uns verfolgt. Egentropfenrennen. Ja, legendär. Boah, spielt er mit meinen Gefühlen, Mann. Hau mal die Schild. Er hat die Lore-Protection. Wart ihr Team Lego oder Team Playmobil? Hand aufs Herz. Ich war voll bei Playmobil. Lego, Lego, Lego. Lego. Immer noch. Beide. Lego. Okay. Ich habe ja nur Lego-Arzten im Chat. Let's go. Ja, weiß nicht. Irgendwie. Ich hatte zwar Sachen von Lego, aber ich habe halt überwiegend immer Playmobil halt gerockt. Weiß nicht. Irgendwie war mein Ding so. Okay, es sind nur Lego-Leute da. Holy shit. Ich meinte natürlich Team Lego. Yeah. Ich meinte nur Lego. Scheiße. Lego und Duplo. Oh, Duplo gab es ja auch. Stimmt. Als ich jünger war Playmobil. Aber dann Lego. Boah, ich hatte dann auch diese Lego-Bionicles. Meine Fresse. Hätte ich damals Geld verdient, weil die haben ja pro Schachtel haben die so 10 Euro gekostet. Immer Mutti davon zu überzeugen, kauf mir das. Das war schon schwer, weil 10er für so Lego-Bionicles, man, schon teuer gewesen. Lego Ninjago. Dieses Lego Ninjago habe ich gar nicht mitgenommen. Also ich habe es als Kind auch gar nicht gefeiert. Bis heute würde ich es auch nicht so feiern, würde ich sagen. Nee, nee, nee. Aber Lego-Bionicle, da war ich richtig drin. Sorry. Und die fiktiven Szenarien im Unterricht. Was wäre, wenn ich jetzt die Zeit einfrieren könnte? Was wäre, wenn ich den Lehrer mit der Macht wegschaffen könnte? Was wäre, wenn ich jetzt einfach fliegen könnte? Was wäre, wenn... Amok-Alarm. Will ich eigentlich gar nicht visualisieren. Alarm ist mein zweiter Vorname. Ladies, ich kümmere mich drum. Hat ja einer von euch so einen Film? Mitten im Unterricht. Bitte sagt nein. Beruhigt euch. Ich habe nur meine Arbeit... Boah, der ist einfach der Kudel. Und heutzutage? Tag träumen wir immer noch täglich. Ohne den Parkour-Runner auf den Dächer. Der ist einfach weg. Regentropfen sind lediglich Regentropfen. Und die seelenlosen Plastikfiguren, noch mehr, sind seelenlose Wertanlagen. Aber wie gesagt, Tag träumen wir immer noch. Mit der richtigen Musik in den Ohren springst du bei einer langen Busfahrt plötzlich in eine erfolgreiche Zukunft. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Trinker. Ein Blick auf die Verkäuferin in der McDonalds-Warteschlange. Big Mac. Katapultiert dich in die perfekte gemeinsame Zukunft. Und Dinge, die man in der Vergangenheit vermagelt hat. Arno, man. Arno. Bekommen unter der Dusche ein alternatives Ende. Du siehst scheiße aus. Ladies, aufgepasst. Ich weiß keine Röse. Bei denen man vor dem Aufwachen eine Art Checkpoint erstellt. Und nach einer kurzen Wachphase genau dort weiter träumt. Ich hasse diesen Ton. Malochen oder Dias finden. Dias finden. Sag nochmal, Dias. Ja, immer. Da bin ich wieder. Wow. Ich Glückspilz. Die lebhaften Träume, bei denen man meistens mit einem komischen Gefühl und einem langen Blick an die Decke aufwacht und seine gesamte Existenz hinterfragt. Wee so bin ich der Oppenheimer Mann. Die false reality Träume, bei denen man eigentlich nur wie ein NPC seinen normalen Alltag nachgeht, ohne es zu merken. Ich hasse meinen Job. Oh, und die X, die Dax für der Follower, kuss, kuss. Die Prophezeiungen, bei denen man das Gefühl einer Vorhersehung in die Zukunft hat. Ach, schau mal, die Prophezeiungen, wie ihr im Chat vorher geschrieben habt. Naja, gab's halt auch mal, ne? Tschö, Leute. Forza ist fertig runtergeladen. Die luziden Träume, bei denen man weiß, dass man träumt und halt wie im Kreativmodus so ziemlich alles machen kann. Herrlich. Oh, moin. Aber warte mal. Kurze Pause. Denn nur die Hälfte aller Menschen haben in ihrem Leben mal luzid geträumt. Daher eine schnelle Zusammenfassung, wie es geht. Die einen sagen, man soll ein Traumtagebuch führen, in dem man die Träume direkt nach dem Haus stehen notiert. Da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich das antrainieren kann. Ich weiß gar nicht, ob es den einen richtigen Weg gibt. Also, ich glaube, man muss sich das einfach selbst so antasten. Da habe ich von einer Autofahrt im perfekten Leben geträumt. Ich war Ryan Gosling. Hier bin ich. Also, die musikalische Untermalung, die Waswind hier einbaut. Die anderen sagen, man soll Reality-Checks machen. Da wie am Anfang des Videos erwähnt, beispielsweise Spiegel in Träumen nicht funktionieren. Aber ein Traumtagebuch. Geil. Mit dem Gedanken, durch den Alltag zu gehen und routinemäßige Spiegel- und Hände-Checks zu machen, brennen sich diese Checks irgendwann so sehr ins Gehirn ein, dass man sich schließlich auf dem Traum durchführt. Ich träume. Ich glaube, dass das dieses Einreden davon, glaube ich, am wenigsten effektiv ist. Und die WBTB-Methode, Wake Back to Bed, bei der man den Bäcker auf 5-6 Stunden Schlafzeit stellt, danach 20-30 Minuten wach bleibt, an luzides Träumen denkt und dann wieder einschläft. Wenn ihr also heute Abend im Bett liegt und irgendwie in einem luziden Traum aufwacht, denkt an mich und schreibt mir einen luziden Kommentar. Und zu guter Letzt... Die... Ich hatte gerade meine erste Astralreise. Das hier sind 10 Gramm reines Heroin. Das hier... Ha! Ficka. Astralreise sind auch so ein Ding für sich. Ich habe das Tomatolix-Video mal dazu angeschaut, aber das ist so... Es ist halt wissenschaftlich schlecht zu beweisen. Es ist halt so eine Glaubensfrage, denke ich mal so. Geht's oder geht's nicht, I guess. Irgendwo auch eine Form des Träumens. Wieso? Weil sie ähnlich wie NATO-Erfahrungen... 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 ...Meditation oder Drogen eine sogenannte Out-of-Body-Experience sind. Laut dieser Form des Träumens kannst du überall hinweisen. Mal gucken, was du denn so machen. Das ist kröl. Warte! Wo heißt du denn? Wow. Sogar Papi Platty kennt ihn. Dann chat. Revi? Hi. Ich bin Revinzeit. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder? Ich bin Gamer. Oder sowas. Denn es gibt einige Belege. Der erste liegt darin, eins und eins zusammen zu rechnen. Und der zweite in der 2014 erschienenen AWARE-Studie. Um es kurz zu fassen. Es wurden random Objekte in einem Reanimationszimmer auf erhöhten Orten platziert. 2060 Patienten sind dann eben gestorben und wurden reanimiert. Wir würden ihnen jetzt gerne einige Fragen stellen. Und auf die Frage, ob sie eine Out-of-Body-Experience hatten. Ich habe mich von oben gesehen. Meine Seele hat meinen Körper verlassen. Keiner haben Wurst an die OP-Tür geworfen. Und wenn ja, ob sie etwas Ungewöhnliches wahrgenommen haben. Ungewöhnlich wäre es eine Pickaxe oder so zu sehen, haha. Aber nein, die habe ich nicht gesehen. Nein. Es war Wurst und keine Eier. Vielleicht nur ein Trauma, Herr Winkler. Warum liegt da eine Wurst? War die Antwort bei allen? Nein. Während der Astralreise... Ey, das ist ein Drachenloch-Einspiel, das ist auch so gottlos. Aber perfekt. Also war ich im REM-Schlafzustand. Das ist ja auch die Phase, in der man am meisten träumt. Ich habe mir eingebildet, dass da irgendwie so ein Satz oder so ein paar Worte aufgeschrieben wurden. Ähm, weiß ich nicht, ich habe die ganze Zeit schon an eine Nummer gedacht. Ganz ehrlich, das hat sich nicht wirklich echt gefühlt, sondern mehr so, als wäre es meiner Fantasie entsprungen. Oder als wäre das irgendwie ein luzider Traum oder sowas. Oh, das geht Minecraft-OG. Ich hoffe, ich durfte so viel Tomatolix-Clips benutzen. Und falls du doch Zweifel hast, Felix. Erinnere dich an den 22. März 2017 um 14.52 Uhr in Köln, Nordrhein-Westfalen. Tomatolix? Willst du ein Foto? Ich war ein OG. Hahaha, das ist crazy. Ebenfalls sollten wir die Schlafparalyse nicht vergessen. Ein Zustand, in dem man wach ist, während der Körper schläft. Den Night Terror, aus dem man besonders im Kindesalter meist mit einem lauten Schrei erweckt. Und zu guter Letzt. Ladies, ich habe alles im Griff. Das lauwarme Gefühl als Kind, wenn man im Traum endlich eine Toilette gefunden hat. Könnte ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz daran erinnern, dass ich sowas in der Richtung hatte, dass ich an eine Toilette gedacht habe, äh, geträumt habe und dann da halt laufen low. Und dann war das Bett warm. Nee. Nee. Ich glaube, das ist bei mir nicht vorgekommen. Müsste ich mal meine Mutter fragen. Ich glaube nicht. Vielleicht als klein, klein, kleines Kind da, wo man vielleicht noch sowas aus Versehen macht, aber nicht aktiv träumt. Könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich sowas gemacht habe. Aber... Wo haben wir dieses Video nochmal angefangen? Ich bin wohl kurz eingeschlafen. Oh. Wie bin ich denn hier gelandet? Ich glaube, auf Tore sei es. Check ich. Ich habe keine Freunde. Ohne es zu merken. Du hast irgendwann eine wichtige Person ein letztes Mal gesehen. Ohne es zu merken. Und du wirst irgendwann ein letztes Mal einschlafen. Ohne es zu merken. Sind Träume also nur ein schüchterner Tod? Ich liege manchmal nachts im Bett und zerbreche mir den Kopf darüber, was nach dem letzten Einschlafen kommt. Bin ich irgendwo? Für immer? Wenn dem so ist, wieso ist für immer so schwer vorstellbar? Werde ich irgendwo unendlich lange weiter existieren? Werde ich dort alleine? Ich finde, das für immer vorzustellen ist genauso unvorstellbar wie nichts. Also einfach das reine Nichts. Oder mit meinen Geliebten sein. Ein gruseliger Gedanke, den wir einfach nicht begreifen können. Doch wir sollten uns in solchen Momenten vor Augen führen, dass jeder Mensch, der je gelebt hat, vor diesem Schicksal und diesen Fragen stand. Wir, genauso wie jeder zuvor, ist ein Teil von einem großen Projekt, welches sich Menschheit nennt. Das Ding ist aber nicht nur wir Träumen, sondern Tiere ja auch. Deswegen sind ja Träume so auch ein ganz, ganz interessantes Thema für sich. Man sieht es ja auch, wenn so ein Hund einen Albtraum hat oder eine Katze. Sieht man ja. Und trägt individuell dazu bei. Auch du. Und wer weiß. Vielleicht warten wir nach diesem letzten Einschlafen auf. Und dann sind wir aus der Matrix. War nur ein Traum. Wenn Sie weiter träumen möchten, wählen Sie bitte eine der vorhandenen Epochen aus und fahren Sie dann mit der Charaktererstellung fort. Ja, das wäre sick. Die Erfahrungen und Erlebnisse, die in den letzten 30 Minuten passiert sind, waren rein fiktiv. Imagine, dass wir der Plot-Hall von uns allen, von unser aller Leben so. Wir wachen dann einfach auf so, ja, hier, 30 Minuten. Wie hat es dir gefallen? Boah, wir waren so 80 Jahre, 90 Jahre hier so. Haben wir unser Ding ge... Wir haben in der Simulation 90 Jahre lang 9-to-5 gearbeitet, bis wir im Rentenalter kamen. Die Menschen so verschwendet, Digga. Scheiße. Besuchen Sie uns gerne wieder. Ja, das ist... Das ist eine krasse Theorie. Dieses Video entstand durch ein Projekt für meine Unf, Unf, Unf. Folgt mir überall etwas... Und joint meinem Discord. So viel mal hoch. Und abonniert mich. Ja, ich würde sagen, mit Kurshands, oder? Noch ein Like und ein Abo rein scheppern. 100%. Hat mir sehr gefallen.